Herzlich Willkommen zu diesem Video Leute. Das ist der erste Part von Polis Bridge und bei dem Spiel müsste ich eine Brüte bauen Leute. Ja. Von dem Spiel habe ich noch einen zweiten Teil, aber ich spiele erstmal den ersten Teil, wo ich den zweiten Teil spiele. Also wir haben hier Level 1. Es gibt verschiedene Level. Und ja, der Sinn ist halt eine Brüte bauen. Und Leute, ich habe hier schon mal eine Brüte gebaut. Also Leute, jetzt müsst ihr das Video auf Pause drücken. Dritt mal Schwendt auf Pause und ja. Ihr solltet was in die Kommentare schreiben Leute. Und glaubt ihr, dass diese Brüte hält? Wenn ihr glaubt, dass diese Brüte hält, dann müsst ihr ja schreiben. Und wenn die Brüte nicht hält, müsst ihr nein schreiben. Habt ihr verstanden? Ja. Für Brüte hält. Ja. Für Brüte hält. Ja. Für Brüte hält. Ja. Für Brüte hält. Ja. Nein schreiben. Wenn die Brüte nicht hält. Also ab jetzt könnt ihr auf Pause klicken. Doch. Jetzt drückt ihr schon auf Pause. Verption. Zeit. Ja. Für Brüte. Ja. Für Brüte. Ja, für Brüte. Ja. Für Brüte ist der Brüte. Ja. Ich bin der Schletzte der Bruttenbauer, der sehr Schletzte der. Aber ich weiß nicht, wie ich das hält, Leute. Ich muss mal in meine Festkammer mal. Oh scheiße. Weißt du was? Wir machen die Festkammer schon hier hin. Also, Auto 1 muss da hin. A2 muss da hin. Jetzt schauen wir mal, die Brutte hält. Wir machen die Festkammer noch ein bisschen weiter runter. Ja, die Brutte hält. Jawoll. Drei Sterne. Yes. Next Level. Okay. Okay. Also, hier muss man... Ah. Okay. Ich dachte, ich will euch die Ratenlinie machen. Also, wir machen natürlich... Mann. Drei Ätter. Wett machen. Und Leute. Das Spiel gibt es für PC und für Handy. Aber für Handy müssen wir 1 Euro irgendwas zahlen. Für den zweiten Teil müssen wir 14 Euro etwas zahlen. Naja. Ja. Ja, Mann. Also. Aber Leute. Wenn ich diese Brutte fertig gebaut habe, müssen wir in die Kommentare schreiben, die in die Brutte hält. einfach nur Ja oder Nein schreiben. Ich glaube nicht daran, dass diese Brutte hält. Die erste ist eh eingestört. Okay. Okay. Jetzt noch noch... Okay. Okay. Was? First Ride? Uh. Deil. Next Level. Okay. Level. Okay. Okay. Es wird auf Level, Level schwieriger. Ja. Das Autorien habe ich schon gespielt. Okay. Ich habe alles mit Holz gemacht. Hopla. Ich habe erstmal mit Holz angefangen, oder? Warte. Warte. Oder? Ja. Ich habe außerdem erst... Okay. Ne, ne. Wir löschen das nochmal richtig. Wir möchten das eine schöne Straße haben. Also es muss eine sehr schöne Brutte sein. Aber ich kann die nicht immer so verbinden. Oh, komm schon. Also mit drei Ätte. Also Leute, wird es einen zweiten... Oh, Mann ey. Oh, Mann ey. Also... Brutten bauen. Oh, Mann ey. Oh, Mann ey. Okay. Glaubt ihr, dass die Brutte hält? Dann schreibt ja oder nein. Jetzt in die Kommentare. Weil jetzt werde ich das starten. Also jetzt habe ich noch Zeit. Und zwar ab jetzt könnt ihr dann in die Kommentare schreiben. Ja oder nein. So. Ihr habt hoffentlich auch schon vorher auf Post getritten. Wo ihr geschrieben habt. Ja oder nein. Aber ich glaube, das müssen wir jetzt nicht bei jedem Brutte machen, Leute. Also das machen wir das noch einmal. Also drei... Also... Bei der ersten Brutte... Habt ihr... Könnt ihr das... Habt ihr... Also... Bei der ersten Brutte... Müsst ihr schreiben. Habt ihr das schon reingeschrieben? Das war jetzt die... Das war jetzt die... Das war jetzt die zweite. Das ist jetzt die dritte Brutte. Von... 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 Naja... Ich will sagen, ihr müsst es nicht mehr reinschreiben in die Kommentare. In das hält. Oder in das nicht hält. Nun, ihr wollt, Leute. Gucken wir mal. Die Brutte hält. Und... Zweimal fürs Treib. Und einmal eingestürzt. Jetzt sehen wir mal, wie oft die... Wie viel die belastet das hier. Also... Ah, Mann... Okay... Okay... Warte mal... Ich weiß... Also... Ich darf das nicht... Will ich eine Holzstraße machen, oder wie? Wie... Also... Nochmal. Komplette Straße. Das ist hier. Gut. Und... Drei Ätte... Aus Holz... Äh... Aus... Drei Ätte aus Holz... Oh, Mann, ey... Das sind auch noch... Ey... Leute! Wie schwierig gerade... Diesen Toten... Wie ich die Verhältnisse... Wie ich das mich festgemache. Das... Das ist nicht einfach so nett, aber... Ich weiß nicht, was alles ich noch brauche. Ich will gerade überlegen, wo ich die scheiß Facecam mache. Leute, ich mache schon die Facecam... Ah, Mann, ey! Das ist schwierig zu gucken. Was, was? Ich mache die Facecam hier hin. Weil die Sachen hier oben brauche ich auch noch vielleicht. Und das sind nochmal die drei Ätte. Also... Drei Ätte. Einfach mal drei Ätte bauen... Ah, Mann, ey! Ah, Mann, ey! Ah, Mann, ey! Ah, Mann, ey! Ja, Ne Holzbrüte will ich nicht. Ich möchte das... Oh... Leute, ich glaube mal, ich glaube... Ich glaube mal... Ich... Ich werde jetzt die Brüte noch machen... So, jetzt bin ich mal gespannt. Hält die Brüte. Okay, Leute, haut rein und schaut. Die nächsten Brüte machen wir nächstes Mal. Bis dann und schau.